Hallo, nach längerer Zeit soll es mal wieder um Micha Duster gehen aka Leon Michel Dengar. Er hat dem YouTuber den menschlich gebliebenen Stasi-Offizier versprochen, dass er einen neuen Entzugversuch startet in Erlangen. Wenn ein YouTuber mit 100.000 Abos ihn namentlich erwähnt. Trollkommando Uwe hat ihn nach einer zähen Verhandlung auf 10.000 Abos heruntergehandelt. Daraufhin hat der YouTuber Arnie Degger ihm ein ganzes Video gewidmet, in dem er ihn auffordert nach Erlangen in den Entzug zu gehen. Micha versucht jetzt Spenden für eine Fahrkarte zu sammeln. Laut Micha würde eine Fahrkarte 8 und 80 Euro kosten. Ich habe ihn auf Facebook schon darauf hingewiesen, dass man mit Flixbus schon ab 20 Euro von Hamburg nach Erlangen fahren kann. Er könnte auch versuchen, sich von seinen Eltern Geld für eine Fahrkarte zu beschaffen oder ob sie ihm vielleicht sogar eine kaufen, damit Micha die 20 Euro nicht versäuft. Wir hoffen alle, dass Micha dieses Mal den Entzug schafft und er uns nicht belogen hat. Ich stehe hinter dir.